Krass, krass, krass. Ihr habt es ja schon oben im Titel gelesen. Heute gibt es eine Mailday-Video und ich habe hier Post bekommen, so gesagt, von einem Fan aus Luxemburg. Steht hier oben. Hier habe ich meine Adresse natürlich weggemacht. Da steht auch keine Adresse von ihm drauf. Nur halt Fan aus Luxemburg. Ich bin schon mal gespannt, was da drin ist. Ich glaube, da ist eine Zockerstars-Figur drin. Freue ich mich natürlich richtig derbe drüber. Dann würde ich sagen, machen wir einfach den Brief auf. Natürlich, fettes Dankeschön an dich. Vielleicht ist ja in dem Brief noch ein Brief, wo sein Name draufsteht. Muss ich mal schauen. Gucken. Holen wir einfach mal alles raus. Sehr schön, Brief. Und dann haben wir hier alles rausgeholt. Kann erstmal beiseite gepackt werden. Hier haben wir den Brief. Den lese ich mal kurz alleine durch. Vielleicht steht da seine Adresse oder so drauf. Okay. Darfst meinen Namen nennen und meinen Brief vorlesen. Hallo Pax United. Danke für das Zuschicken. Ich hoffe, die Karten gefallen dir. Ich bin Ryan. Lieben Gruß aus Luxemburg. Und eine Frage. Warst du schon mal in Luxemburg gewesen? Ja, da kann ich ganz klipp und klar sagen, nein, ich war noch nicht in Luxemburg gewesen. Wo ich war. War in... Ich war mal in Schweden. War ich mal in... Polen. In Polen. In Schweden. Und das war's eigentlich. Sonst halt nur in Deutschland. Ja. Aber ich hoffe mal, dass ich in meiner... In meinem späteren Leben noch irgendwo rumkomme. Luxemburg. Mal schauen, ob ich da irgendwann mal hinkomme. Wenn nicht, sage ich dir definitiv Bescheid. Ja, das war die Frage hier. Der Brief. Nice natürlich. Hebe ich mir natürlich wieder auf. Ich hebe mir alle Briefe von euch auf. Kommt in meinem Schrank neben mir. Brief. Dann haben wir hier Pax United Spezialbooster Extra Karten aufgepasst. Oioioi. Dann haben wir hier noch Pax United Spezialbooster Champions League 2014-2015. Dann haben wir hier noch WM 2014. Und dann hier noch Mario Götze als Soccer Stars Figur. Auch richtig geil. Habe ich natürlich schon, aber eine Bayern Figur kann man ruhig doppelt haben, würde ich mal sagen. Mario Götze. Richtig Hammer. Nice. Stellen wir mal hier oben hin. Neben der Facecam circa ungefähr. Und dann würde ich sagen, machen wir hier weiter mit den WM 2014 Stickern. Sind es wahrscheinlich, oder? Ja, müssten es eigentlich sein. Reißen wir mal auf. Da finden wir ja auch noch ein paar Sticker. Vielleicht sind ja auch die Sticker, die mir fehlen. Weiß ich jetzt natürlich nicht aus dem Kopf. Schauen, was wir hier haben. Mexiko Team Foto. Sehen die eigentlich anders aus? Ich glaube nicht. Lionel Messi. David Silva. Angel Di Maria. André Schöle. Thomas Müller. Oioioi. Und Ivan Rakitic. Von Kroatien. So, packen wir da oben hin. Dann fällt uns hier der Götze um. Mario Götze. Ja, der Torschütze am ersten Champions League Spieltag für die Bayern gegen Olympiakos. Auf jeden Fall richtig gut gemacht. Zack, angenommen das Ding. Ich glaube, die Flanke kam von... Lahm. Kann das sein? Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ein schöner Pass hinein auf Götze. Und Götze nimmt das Ding an. Lauft nochmal. Läuft nochmal. Er läuft. Er läuft. Nimmt das Ding an. Läuft damit ein... Zwei Meter hier hin. Und dann netzt er das Ding ein. Ich glaube, das war sogar ein Tunnel. Auf jeden Fall haben wir hier Champions League Karten. Samir Nasri. Carlos Tebbes. Fernando. Karim Belarabi. Sven Bender. Roman Weidenfeller. Mario Balotelli. Rafinha. Sebastian Kehl. Oioioi. La Decima. Real Madrid. Und dann noch Expert. Steven Gerard. Stevie G hier. Hier noch bei Liverpool. Ich glaube, jetzt später in New York City kann das sein. Ich glaube, schon ist Stevie G. Eine englische Legende definitiv. Mit Frank Lampard. Der spielt jetzt... Ist ja auch gewechselt. Meine letzte Saison noch bei Man City. Davor halt bei Chelsea. Hier haben wir... Was war das? Spezialbooster-Extrakarten. Aufgepasst. Hier haben wir auf jeden Fall von den Euro 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 8. 10. 10. 10. 11. Oh yeah!